Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Unity und direkt gibt's Ärger den Diebrammen. Komm schon. Also. Nur mal nebenbei, ich laufe jetzt erstmal da unten auf der Karte zu diesem Ausrufezeichen. Da geht es zur nächsten Mission und oh, da kann ich jetzt nicht so durchbrechen. Wäre nicht so gut. Wäre nicht so gut. Ja, also ich glaube wir müssen irgendwie die Elise retten. Unsere Elise. So, dann gucken wir doch mal, was jetzt hier gleich startet. Ah, ich bin im Tempelbezirk. Boah. Hallo? Templerüberfall. Und spielen. Elise? Elise! Elise! Verdammt. Wie war das? Hotel Voisin? Merde! Okay, zum grünen Punkt. Ich muss Elise finden. Auf einen Aufzug. Achso, den Tipp. Ich brauche den nicht, das kenne ich schon. Los, leg mal ein Zahn zu. Okay, im Gebiet bin ich schon. Und ich denke, es ist auch hier wieder ratsam, sich das von oben anzuschauen. Ja, und da wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Oh, ich hab's ja schon. Ich hab's ja schon. Verteidigen. Spring doch auf den Baum. Oh, ich wollte eigentlich einen Attentat machen. Egal. Oh, warum macht der jetzt nicht die Attacken? Setzt dir die Hose etwa zu eng? Nee, aber dir gleich. Setzt dir die Hose etwa zu eng? Was? Kopfschüsse? Danke, die ich hier vor. Wo ist Monsieur Lafreniere? Er ist tot. Was? Lauf nicht, erklär's dir später. Lauf. Maxi, Weg abschneiden. Hältet weh. Und hier runter. Ab in den Irrgarten, genau. Der da ist uns im Weg. Kopfschüsse, würde ich gerne mal machen. Ich wüsste wie. Komm schon, dreh dich. Durchbohrt ihn von der Seite. Das war aber kein Kopfschuss, oder? Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Ey, das ist doch nur in Irrgarten, Elise. Okay, jetzt habe ich ja hier wirklich gar nichts gemacht. Auch das Attentat nicht. So. Okay, jetzt ist ja noch einiges los. Dann kann ich ja die ganzen... Warte mal, hier gab's doch diese... Genau. Diese Line, da könnte ich doch Attentate machen, von da oben aus. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu... Ja, zu hoch, ne? Wie wär's denn mal, wenn du zielst? Kopfschüsse. Nee. Ah, jetzt. Ein von vier. Wo sollen wir lang? Jetzt wart's doch mal ab, Elise. Es geht gleich weiter. Ah, der ist zu weit weg. Oh, da unten ist aber einer. Ganz nah an der Gruppe. Jawoll. Wo lang? Ganz ruhig. Ah, nee, die sind schon tot? Ho, ho. So, und der dürfte doch dann hier unten auch in der Reichweite sein. Na? Wie kommen wir hier wieder raus? Wie kommen wir schon wieder raus? Ich bin doch dabei. Oh, jetzt muss ich den hier... Ja, er lädt leider ein bisschen zu lang. Kann der nicht durch die Hecke schießen? Wo sollen wir lang? Och, bleib doch stehen. So, die Kopfschüsse habe ich jetzt aber. Und jetzt hole ich mir die Doppelattentate. Da muss ich eigentlich nur mal schauen. Also, ich finde es geil, wenn ich das schon direkt jetzt schaffen würde. Da hinten zum Beispiel. So, erstmal runter. Elise muss sich noch ein bisschen in Geduld üben. Da ist sie, unsere Elise. So. Gucke ich mir das mal an. Ob ich hier irgendwo gut hin kann. Ah. Die gucken leider so ein bisschen... Bleib mal stehen. Warte doch auf mich hier. Wenn ich da reinrutsche und einfach einen Attentat mache... Hm. Vielleicht soll ich erstmal gucken, dass ich da die richtige Waffe zu habe. Irgendeine Idee? Psst. Du musst leise sein. Ja, da wahrscheinlich. Durch diese Tür, ne? Aber erstmal probiere ich diese Attentate hier. Lass sie nicht entwäschen! Hä? Das war leider kein Attentat. Oder kein Doppelattentat. Vielleicht bei dieser Dreiergruppe da hinten. Bei der hier. Ah, wenn ich hier oben auf das Dach komme. Kann ich das bei denen wahrscheinlich machen. Lies, die kann schon auf sich selber aufpassen. Nein, hab ich nicht. Boah, hier ist ja noch einiges los. Kann man hier nicht hochklettern? Ne, oder? Ich wollte schon sagen, das geht. Wo sollen wir lang? Dann bricht der ab. Oh, Vorsicht. Da hinten stehen zwei. Boah, hier sind ja überall Leute. Aber ich will dieses dumme Attentat. Ich krieg auch voll die Panik. Warte mal. Reinschlittern und dann voll abgehen? Oh, gefährlich. Wie kommen wir hier wieder raus? Ey, du kannst ja erstmal... Ich weiß nicht, ob das da bei Elise... Komm schon, mach den erstmal kalt. Mein Gott. Jawohl, sie macht einen Finisher. Sehr gut, Mädchen. Ganz ehrlich, ich möchte dieses dumme Doppelattentat machen. Damit ich das nicht nochmal spielen muss. Ich hab nämlich noch ein paar andere Level. Wo ich nicht zu 100% durch bin. Und die muss ich ja auch nochmal nachholen. Also, ich dachte wirklich, wenn ich da... Genau, hier stehen doch drei Leute. Jetzt geh ich hier einfach auf diese Mauer. Ich hoffe, dass es da nicht vor... Nein. Ja, toll. Oh, die Sucher töten. Das ist meine patriotische Pflicht. Jo. Hast du ihn? So. Elise im Doppelpark. Hast du eine junge Frau gesehen? Groß, rotes Haar. Ich fürchte, nein. Ja, sauber. Jetzt ist deine Truhe. Die würde ich gerne mitnehmen. Was? Will die hier hoch? Ist voll auffällig auf der Bühne. Elise, mach doch nicht so schnell. Ja, allerdings... Sind die hier oben auch Schützen? Geht mal weg, Jungs. Das sind nur meine Kollegen hier. Die Banditen, oder? Ja, gerade so. Oh, ich pass auf die andere Seite. Ach, das fand ich so gut. Die Elise diesmal war auch zu schnell. Du Made. Und? Boah. Oh, das könnte er abwehren. Nö. Das war der letzte von Ihnen. Lass uns verschwinden. Okay, geschafft. Den Hinterhalt von Elise abgewehrt. Oder gegen Elise, besser gesagt. Wir können nicht weit sein. Findet sie. Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertraue mich. Triff mich morgen im Café. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Ach so, ich soll nur entkommen. Ich brauche die nicht mal töten. Boah, das ist aber hier eine Menge los. Spring doch über die blöde Hecke drüber. Eine ganze Horde hinter mir. Alter, kreuzt nicht mein Weg. Boah. Wie viele das hinter mir sind. Boah, schnell. Medizin, Medizin. Ja. Das war knapp. Jawoll. Boah, jetzt könnte ich aber erstmal so ein Schwein essen. Ja, so ein Ganzes. Willst du mich hinhalten? Oh, und dann muss ich da aber auf jeden Fall nochmal rein. Egal. Wir haben Elise retten können, beschützen können, ne? Und dann sag ich mal, im nächsten Part geht's weiter. Dann treffen wir Elise bei mir zu Hause im Café Certa. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.